Guten Abend und herzlich willkommen zur WDR Jazzline. Wir melden uns von den 34. Leverkusener Jazz-Tagen und präsentieren Ihnen heute Cindy Blackman-Santana und Band. Viele von Ihnen werden die Gattinnen von Carlos Santana noch aus ihrer Zeit bei Lenny Kravitz kennen. Wenn sie mit ihrer eigenen Band auftritt, dann stehen Jazz und improvisierte Musik im Vordergrund. Viel Spaß dabei. Musik 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 Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.